Hallo und herzlich willkommen zu der Tag Revue, unserem humoristischen und satirischen Wochenrückblick. Ja, wir dürfen wieder, also wir, der Felix und ich, dürfen wieder auf die Schlagzeilen der vergangenen Woche zurückschauen und da war doch wieder einiges Witziges dabei, wie ich finde. Selbst bei diesem schweren Thema Ukraine-Krieg habe ich etwas gefunden, was mich da ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat. Und zwar die Russen. Die Russen bringen jetzt ihre Kampftelfine in Stellung. Ja, ihren richtigen Kürt-Kampftelfine. Entschuldigung, aber wenn man Flipper so anschaut, da habe ich doch keine Angst. Ja, irgendwie wollen sie die ukrainischen Taucher, weil es anscheinend von denen sehr, sehr viele gibt, abhalten. Aber was kommt als nächstes, Martin? Ja, ich weiß nicht. Selensky, der droht jetzt mit Killer-Tauben, getarnt als Friedenstauben. Die Taubenflotte ist unterwegs nach Moskau. Ja, wie einst schon ERV-Sang, drei weiße Killer-Tauben. Guru, Guru, Guru. Ja, was ist sonst noch passiert? In Oberösterreich hat anscheinend wieder eine Koper-Einheit am Bierfass genuckelt. Anders kannst du es dir eigentlich nicht erklären. Sie haben das falsche Haus gestürmt. Sehr zum Leidwesen der Bewohner, weil die eine Tochter war gerade im Bad und hat sich gerichtet, die andere in ihrem Zimmer. Anscheinend laut Pressemitteilung haben es die Beamten aber innerhalb von Sekunden gemerkt und sind dann abgezogen. Nichtsdestotrotz haben die Bewohner innerhalb von Sekunden einen neuen Therapieplatz in Anspruch nehmen müssen. Was ist da los bei der Kobra? Ja, aber das schaust blöd, weil das sind ja doch Viecher. Das sind ja die Typen, die sind ja nicht so Hans-Wursten. Nein, nein, also ich mit 1,68 gehe denen wahrscheinlich bis zum Gürtel und ich glaube, das macht schon Eindruck, wenn die vor dir stehen. Ich glaube auch, ja. Also da ist, glaube ich, ein Schock fürs Leben, wenn du gerade auf dem Klo hockst und dann steht der Kobra-Beamte vor dir. Leider ist nicht bestätigt, ob sie das Haus gestürmt oder getorkelt haben, aber vielleicht kommt das ja noch raus. Apropos torkeln, das ist ja doch gang und gäbe in Österreich, dass man ab und zu mal zu viel trinkt. Und so auch in Kärnten, der Bürgermeister von Bleiburg hat jetzt den Führerschein abgemessen. Er hat 5 Bier in 2 Stunden trinken und seine Entschuldigung war, ja nach der Fastenzeit verträg ich es halt nicht mehr so. Was hast du denn das? Was hat denn er vor der Fastenzeit gesoffen? Besonders wenn er vor der Fastenzeit noch normal Auto gefahren ist damit. Ja, wie soll man sagen, vielleicht ist das Amt denn doch nicht das Richtige, weil 5 Bier in 2 Stunden, das kann sogar manchmal einen ausgewachsenen Stier erlegen. Und wo wir schon beim nächsten Thema sind, Stiere haben es momentan in Österreich oder auch in Vorarlberg relativ schwierig. Schwierige Zeit, weil sie werden ganz gerne von der Polizei erschossen. Ja, also wenn die Frau zu Hause hat, mach mir den wilden Stier, mach es bitte nicht, weil das kann ein Tödli händen. Na, was war denn da los? Da ist ein Stier ausgebüxt. Ja, und der Polizist hat sich nicht mehr zu helfen gewusst. Ja gut, wenn so ein Viech auf dich zukommt, ist es wie ein Kobrabeamt. Da ist keine Chance. Und er konnte sich nur damit helfen, indem er den Stier erschossen hat. Anscheinend ist in der Landespolizeischule in Giesingen nächste Woche ein Grillfest geplant. Es gibt Fleisch. Es gibt Fleisch. Da wäre der Stier gerne mal schneller gewesen, als die Polizei erlaubt, aber er hat es nicht geschafft. Im Gegenzug zu manchem Jugendlichen, der es geschafft hat, haben sie wieder einen Moped rausgefischt. Und es auf der Rolle 103 statt erlaubten 45 kmh zusammengebracht hat, also habe ich die Ehre. Für die geistigen Quäker, die in Mathe nicht aufgepasst haben, das ist eine große Differenz. Mehr als doppelt so viel. Ja, also 103 mit dem Moped, das ist sportlich. Ich hätte Angst auf dem Moped, das ist ja nicht gebaut für 103 kmh. Nein, ist das nicht. Und völlig zu Recht hat man da den Riegel vorgeschoben. An Ort und Stelle, Kennzeichen und Zulassungsschein abgenommen. Richtige Entscheidung. Aber das hat auch einige andere betroffen, muss man sagen. Also jetzt nicht diese Aktion, sondern die Schwerpunktkontrollen der Polizei. Insgesamt 16 Drogenlenker wurden aus dem Verkehr gezogen. Und jetzt passen Sie auf, Dienstag und Mittwoch tagsüber. Ja, also Sie sehen, es geht in die falsche Richtung, was wir hier gerade machen. Ich meine, untertags 16 Leute mit Drogen rausziehen, das sind eigentlich 17 zu viel. Ja, scheinbar noch ein Trend, Saufen tun wir abends, Kiffen tagsüber. Ja, wenn es nur Kiffen wäre, in Anführungszeichen. Also wir wollen hier nicht schönreden. Nein, wir wollen da niemanden motivieren, aber tagsüber, dienstags, untertags, 16 Drogenlenker, das ist eine Menge. Donnerstag, Freitag, okay, aber Dienstag, Mittwoch, come on. Hallo? Nein. Also irgendwas muss da passieren, liebe Leute. Das wird aber laut Polizei jetzt die Regel werden, dass sie auch tagsüber Schwerpunktkontrollen machen. Wer will es Ihnen veröbeln? Ja, und offensichtlich sind wir beim ÖFBO Drogen im Spiel. Sie probieren es wieder. Ein neuer Teamchef ist gefunden worden. Und wieder kommt der Herr aus Deutschland. Richtig, Ralf Rangnick, weil deutscher Trainer in Österreich hat sich einfach voll bewährt. Ja, das hat richtig Spaß gemacht, also machen wir es nochmal. Ja, momentan trainiert er noch Cristiano Ronaldo, bald wahrscheinlich Marco Arnautovic. Ein Aufstieg. Ein richtig Freude groß, denke ich. Ja, anscheinend, was ich gestern gehört habe, vom Herbe Prohaska, hat er gesagt, der Ralf Rangnick, der wird nicht nur Teamchef, sondern wird auch große Teile von sportlichen Leuten. Also das ganze Konstrukt wird er sich vornehmen, nicht nur die Mannschaft, sondern... Das stimmt, aber man muss sagen, das ist auch die Marke Rangnick. Also der ist nicht nur eine Position, sondern der will dann auch den ganzen Laden umkrempeln, was bei ÖFBO vielleicht nicht so schlecht ist. Nein, ich nicht. Aber umgekehrt haben wir das ja auch schon mal probiert. Ein Österreicher wollte in Deutschland den Laden umkrempeln, war weniger erfolgreich. Alles Weitere ist Geschichte. Naja, was ist sonst noch so passiert? Ihr zweiter, fünfter ist zum Beispiel das Ramadan-Ende. Da endet in Anführungszeichen diese Fastenzeit. Und ich finde, das ist ein guter Trend, muss ich sagen, der sich in eine positive Richtung bewegt. Das auch zum Beispiel bei deutschen Bundesligaspielen, vielleicht haben sie es mitgekriegt, wird das Spiel unterbrochen, damit die Spieler das Fastenbrechen machen können. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für Toleranz, für Vielfalt und auch einfach für Akzeptanz. Und leider Gottes ist es noch nicht ganz überall angekommen. In Österreich sollte man vielleicht hier und da mal in der Bundesliga als Spielunterbrechung das Bassspiel üben, aber das ist nur mal so dahingestellt. Das wird der Rangnick denn machen? Das wird der Rangnick das jetzt einführen. Drei Spielunterbrechungen pro Match hat er frei zum taktischen Grundlagen nochmal verinnern. Ja, so ist das halt leider böse. Ja. Was willst du machen? Wie wird das Wetter eigentlich? Das Wetter wird, glaube ich, bescheiden, so wie ich es mal gesehen habe, aber eine Info haben wir noch an Sie. Ja, wichtig. Wenn Sie uns weiterhin mit solchen haltlosen Vorwürfen und Lügen bezichtigen, wir werden dennoch nicht zurücktreten. Nein, keine Chance. Nicht mit uns. Richtig. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Revue der Woche. Nein, nochmal. Bitte stoppt der Rügen, wer die Zeit? Sagt der Martin noch einmal. Echt jetzt. Moment. Nein, echt jetzt. Ja, natürlich lachen wir, das ist die Revue. Achtung. Das muss schon passen. Röhrer Set. Herzlich willkommen beim Ländle-Wetter. Am Sonntag erwartet uns ganztags ein unbeständiger Tag. Es ist wechselnd bis stark bewölkt, besonders über dem Rheintal gibt es aber auch längere trockene Phasen und auch sonnige Abschnitte. Es ziehen aber vom Westen her immer wieder mal ein paar Regenschauer durch. Auch örtlich können diese auch kräftiger ausfallen. Nachmittags kann sich auch mal vereinzelt ein Gewitter mitmischen. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 4 und 7 Grad. Tagsüber werden dann rund 13 bis 17 Grad erwartet. Zum Wochenbeginn bleibt es dann wechselhaft, wiederholt ziehen kompakte Wolkenfelder durch und es bilden sich vor allem am Montag auch im Laufe des Nachmittags teilweise kräftigere Regenschauer. Örtlich können auch mal kurze Gewitter mitmischen. Zwischendurch scheint aber vor allem über dem Rheintal auch wiederum längere Zeit die Sonne bei Temperaturen bis zu 18 Grad. Wechselhaft bleibt es dann auch am Dienstag mit Sonne, Wolken und ein paar Schauern bei rund 18 Grad. Das war's vom Ländle-Wetter, mehr bei kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.